hallo und herzlich willkommen zu einem neuen game auf meinem kanal und zwar spielen wir the free ones das ist ein grappling hook parkour game und ich will auch nicht lange reden sondern fang mal an ich habe das spiel schon gespielt zwar nicht komplett durch aber ich wollte es eigentlich aufnehmen und ich habe es aufgenommen aber die aufnahme ist angeschmiert und dann war alles weg deswegen darf ich die hälfte vom game noch mal machen bis zu der stelle wo ich war also das erste und das zweite also das erste level kenne ich schon das zweite zur hälfte es gibt viele also zumindest war es glaube ich irgendwie so mindestens sieht man dass sie an diesen an es sind fünf level und ich war hier beim zweiten es am anfang ist bloß so ein kleines dann würde ich sagen geht es los mit dem spiel mein last memory of the outside world was when i was twelve i was living on my granddad's farm then one day my life was turned upside down they came for me they kidnapped me and turned me into a slave there's lots of others in the same situation we are their prisoners so 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 UNTERTITELUNG 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 Okay, und dann geht's auch schon los. Ähm... Wir sind sozusagen ganz klar hier auf dieser Insel und sollen einfach neue Dinge abwarten. Ähm... Ja, also das ist sozusagen hier was wir machen. In hier? Woher kommt es? So, und hier unten bekommen wir dann auch schon den Grabbing-Hook. Attach this to your hand and join us. Was ist das da? Und bevor wir komplett dran sind, können wir dann... ähm... bringen. Das ist eigentlich... Wir gehen hier, ja. Uh... 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 What is this place? Ah, I see by your hand you found the gauntlet. I'm Lana. Pleased to meet you. Ah, I'm Theo. Welcome to Dia. All of us refugees here used to be slaves. Unfortunately, we're stuck on this island. W-what do you mean? Stuck? Isn't there any way to leave? Well, there might be one way. See that train line? It runs all the way to the continent. Our best chance of escape is restoring the power to the line. It's dangerous, but with your help, we can try leaving this place tonight. Or you can give up and stay here in Dia. I've been a prisoner here for too long. I'll give anything a try. Count me in. Nighttime is our best chance of keeping a low profile. I'll go and get you something that should help with the journey ahead. Try to rest and get your strength back. You're finally awake. While you were sleeping, I improved your grapple. You can use three with each reload. And I set up a walkie track. We can stay in touch. All set? No, not really. But then again, I haven't got much choice. We want the same thing, Theo. Follow the passage until you reach the power plant. I'll stay in contact. Okay. Also, jetzt haben wir den Grappling Hook. Ähm, und wir können in der Luft auch zwei weitere Male den Hook abfahren. Hier, man sieht da jetzt nur so drei Punkte. Das kann ich so machen. Dann in der Luft nochmal. Und dann nochmal. Und dann hier um die Ecke. Und bam. So, hier find out. Toll donarlos What's wrong? I'm just making sure the walkie-talkies work. Say loud and clear. Loud and clear? Great. Wait! das mag ich halt nicht wenn man also wenn man rund wenn man aufkommt auf dem boden dann werden das geht aber nicht wenn man für ganz kurz auf dem boden aufkommt und dann sofort weiter springt also man muss stehen bleiben sonst geht das nicht jetzt springen die ganze zeit dann füllen die sich nicht der continent well i can remember my granddad and his farm i'm sure he'll see him again as soon as we get off of Ich hoffe so. Ich schaue die Boxen. Das Füße hat ich keinen mehr. Nein. Komm ich hier ran? Witzig. Ich dachte, das Teil des Islanden wurde abandone. Es war. Dann warum die Krates moving? Oh, genau. Es gab viele Transporte, aber niemand kommt hier, weil es keine Ressourcen gibt. Alles easy noch. Oh, hab ich nicht geklickt. Oh? So, data. Was für dich? Was erinnerst du über den Kontinent? Nichts. Nichts? Ich habe nie gehört auf den Kontinent. Ich wurde auf dieser Isle. Meine Eltern waren slaves. Ich glaube, das war nicht möglich. Ich weiß. Ich weiß. Was ist das? Was ist das schwarze Ding? Schau mal den Größen. Es hat alles zerstört. Ist es жив? Nein. Ich glaube nicht. Es ist nicht bewegend. Das ist alles gut. Aber beachtig. Du bist mir schrecklich, Lana. Okay. Okay. Okay, easy. Jetzt verschaffe ich die Stelle auf First Try, wenn man die halt schon zweimal gemacht hat. Oder halt einmal davor halt, ne? Wie gesagt, das ist jetzt noch die Stelle, ähm... Oh Gott. Ah, hab ich grad ein bisschen gefehlt. Wo ist denn? Du hast mir nie gesagt, wie hast du zu schlafen, die Mäne geknott? Meine Eltern haben versucht, zu schlafen. Ich war immer ein Kind. Sie wurden getroffen, aber sie durften mich hinter ein paar Rücken schlafen. Sie... Sie haben nicht überlebt. Entschuldigung. Dass man dann auch schon weiter springen kann. Das wär geil. Lana, die Power Plant ist gerade vor mir. Das ist großartig, Theo. Es muss eine Leber auf dem Weg geben, um die Power zu dem südlichen Teil des Islens zu verwenden. Lass mich wissen, wann du da bist. Okay. Lana, es ist alive. Das Ding. Es bewegt. Whatever du tun, Theo, nicht nach dem Weg. Du hörst mich? Lass mich auf der Bühne und die Power zu zurück. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Aber wie kann ich zurückkommen? Das ist großartig. Das ist großartig. Wenn das nach jedem Level so ist, dass man so mit dem Stromkabel oder sowas zurückkommt... Ähm... Ja, das ist echt cool, weil da hat man ein bisschen Abwechslung drin. Da hat man zwar... Also das Gumpen macht zwar Spaß, aber Abwechslung ist halt auch geil. ...und nicht mehr. So, bis hier. So, bis hier. So, bis hier. So, bis hier. An dem Stromkabel, sieht man, wir gehen jetzt alles zurück, was wir... äh, wo wir schon mal lang, äh, äh, kamen zu haben. So, bis hier. So, bis hier. Das ist richtig geil gemacht, dass man einfach alles so aus meinen jungen Plattnummern so zurückgeht. Aber halt nicht normal, sondern einfach zum Sprungkappen. Das ist richtig geil gemacht. Ja, well, es war nichts. Normally, I should be able to get the rails back in place with this thing. Nope. Hang on, what about this one? Gotcha. We're nearly done. If you go to the central station, you should be able to bring the train back here. To get there, just follow the lines. We can do this. Oh, wait a minute. I almost forgot. Follow me. I've got a new tool for you. With this, you can glide through the air for a few seconds. Come on, I'll help you put it on. Yay, my ring's huge. How do you feel? It's fairly comfortable. Or just like. You'll see, once you try it, you'll be hooked. Now, follow the passage until you reach the central station. I use the radio to stay in contact. Okay. Und damit würde ich sagen, war's das für den Part. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Dann machen wir weiter mit Level 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.